Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Es ist ein spontanes Video, weil ich was ausprobiert habe und das muss ich mit euch teilen. Ich bin mich total begeistert. Und zwar habe ich von Isabel Christina Stamps mit dieses Set gekauft mit den Etiketten und habe schon mal probiert, damit so ein bisschen zu kolorieren. Nebenbei beim Fernsehgucken oder Podcast hören war das. Und ich habe auch diese Stifte verwendet. Ihr kennt meine Spektrum Noir, Alkoholmarke, mit denen ich ganz gerne koloriere. Ich habe auch die Triblende, aber ich versuche jetzt erstmal die zu verwenden, weil ich die ja schon etwas länger habe und es macht mir auch einfach zu viel Spaß. Und festgestellt habe ich, deswegen auch dieser Block hier unter. Es funktioniert. Ich hatte Neues euch das mit dem Wahl gezeigt, mit dem Kolorieren. Da habe ich euch erzählt, dass ich das Copic-Papier benutzt habe zum Ausdrucken. Und dieses hier, was ich hier koloriert habe, das ist auf dem Action-Papier aus diesem Block. Der ist schon ein bisschen zerflettert. Aber das ist dieser Block, wo, ich zeige euch nochmal einen, der ganz neu ist. Ich kaufe mir dann mal einen nach. Wenn er da ist, kaufe ich mir den immer nach. Ich weiß gar nicht, was der kostet. 1,84. Den habe ich letztes Mal nämlich im Hohe gezeigt. Also da sind weiße, kraft- und schwarzfarbenes Papier drin. Einmal ist es festes Papier, wie richtiger Cardstock. Ich würde mal vermuten, 200. Steht doch bestimmt auch da. 3x10 Cardstock, genau. Und 3x10 Tonpapier. Das heißt, wir haben das weiße etwas dünner. Und dann sind dahinter dicke, richtig schön dicke, festes Papier. Hier nehme ich auch das dickere für Kartenrohlinge. Für die Dekobriefmarken nehme ich gerne das dünnere. Genauso auch hier hinten, schwarz vor allem. Da nehme ich gerne das feste, diesen festen Karton. Ich weiß nicht. Ich würde schätzen 250 Gramm hat das. Und das dünnere dann auch wieder für die Dekobriefmarken. Auf jeden Fall. Achso, ja. Das ist jetzt vom Cover her ein bisschen anders. Aber das ist das Gleiche, was da drin ist. Und ich habe mir das einfach mal so aus Just for Font, habe ich gedacht, komm, du benutzt das weiße dicke, papierigen Cardstock von Action so gut wie nie. Und dann habe ich das ausgedrückt. Und das mache ich jetzt mit euch nämlich gemeinsam. Ich gehe einmal rum mit meinem Drucker. Also nicht wundern, dass ich jetzt einmal ein bisschen weg bin. Ich lege mir das hier in meinen Drucker rein. Die Seite habe ich mir schon rausgesucht mit den Etiketten. Und jetzt mache ich das einfach hier am Computer, dass ich mir das einmal ausdrucke. Und dann hört ihr auch gleich den Drucker. So. Und jetzt habe ich es angeschubst. Und dann würde ich sagen, werden wir gleich nochmal zusammen kolorieren. Aber ich bin davon so begeistert. Das ist das günstige. Wie gesagt, 1,84 Euro. 1,84 Euro kostet das Papier. Und bei mir sieht das wie gesagt so aus. Das Schwarz und das Kraftpapier habe ich schon gut verwendet. Hier versuche ich jetzt das dann zu nutzen für Kartenrohlinge. Weil ich sonst nicht weiß, was ich mit den hellen Blättern machen soll. Außer vor allem vielleicht nochmal. Und dann habe ich gedacht, probiere doch mal aus. Weil es so schön glatt ist. So richtig schön glatt. Da habe ich gedacht, das fühlt sich fast so an wie Kopikpapier. Probier es doch aus. Ja. Und ich habe es ausprobiert. Und das ist das Ergebnis dabei. Da steht Happy Meal drauf. Und ihr wisst ja, dass ich Happy Meal sehr gerne verschicke und verschenke. Und hatte dann ein bisschen Zeit, ein bisschen Lust, ein bisschen Muße. Und habe diese vier Motive koloriert. So. Und dann habe ich aus diesem einen Blatt noch dieses Happy Meal rausbekommen. Und dieses hier. Und das wollte ich dann ja auch nochmal kolorieren. Und damit man das auch verschenken kann. Also ich finde das schöner als diese Postaufkleber. Aber hier passt ja auch alles drauf. Das Land, Straße, Stadt, Straße, Name und so. Und ich finde, das können man beides wunderbar auf einen Briefumschlag oder auch auf ein kleines Paketchen machen. Und diese kleinen, habe ich gedacht, könnten wir eigentlich mal wieder meinen Sticker-Maschine benutzen. Die habe ich schon so lange nicht mehr verwendet. Ich hoffe, ich kann das noch. So geht das schon los. Wie war das noch? Wisst ihr das noch? Doch, das kriegen wir bestimmt hin. Das legt man hier so rein, bin ich der Meinung. Boah, das hört sich aber nicht gesund an. Wie ist das falsch rum? Ne, das muss da rauskommen. So. Da ist es doch. Quietscht ein bisschen. So. Und jetzt haben wir da Sticker. Das ist ein Sticker geworden. Und da ist jetzt überall da, wo das Motiv ist, Kleber hinter. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich hole jetzt einmal den Ausdruck. Und dann kolorieren wir es dann. Und machen daraus noch ein paar Sticker. Die man dann wiederum entweder auf den Briefumschlag, so als Goodie oben drauf kleben kann. Wie meine Deko-Briefmarken. Oder ich probiere das, dass ich das als, dann nur kurz so ausschneide, dass man sieht, dass es Sticker sind. Und dann würde ich die als Goodie mit verschenken. Vielleicht. So in der klassischen Happy Meal. Happy Meal, nicht Happy Meal. Ja. War so jetzt mal eine Überlegung. Und die großen, da würde ich jetzt nicht den Kleber verwenden, sondern das würde ich dann individuell mit... Ich habe jetzt hier nochmal eine neue Klebemaus von Teddy ausprobiert. Da sind 10 Meter drauf. Und damit dann das auf den Briefumschlag vielleicht draufbringen. So. Ich würde sagen, wir hier kolorieren. Ich glaube, das machen wir mit Musik, sonst ist euch das wahrscheinlich viel zu langweilig. Ich kann euch aber zeigen, für das rosafarbene habe ich diese zwei rausgesucht. Und für das Häschen BG3 2 und 1. Und dann würde ich sagen, machen wir die zwei, machen da noch Sticker nochmal draus. Und ja, mal gucken, ob wir noch was anderes schaffen. Vielleicht nochmal einen von den beiden hier. Wir schauen mal. Ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß. Und ich hoffe, dieser Tipp bringt euch auch weiter. Ich habe Kopikpapier da, aber... Und auch ganz viele andere. Ich glaube, ich habe zehn verschiedene Papiersorten. Aber manchmal ist auch so ein Tipp, gerade Action-Sachen, mal ehrlich, das ist so cool. Ich freue mich darüber so. Und dachte, das muss ich unbedingt mit euch teilen. Jetzt aber viel Spaß beim Kolorieren. Und dann ziehen wir nochmal zwei Sticker da durch. Und dann, ja, lasst es euch gut mitgehen. Wie immer. Tschüss, tschüss. Wie immer. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.